Das ist das Brutal Wahnsinn. Ach du Schande. Das war jetzt ein Biss. Ich habe richtig gesehen, die Biene hat es voll erwischt. Ja, aber das ist Natur, ne? Die Spinne freut sich jetzt über so eine leckere Biene und die Spinnen sind ja auch sehr nützlich. Ich glaube, das Gift hat die Biene schon gelähmt, weil die wird immer, guck dir das mal an, die Biene wird immer langsamer und die Spinne weiß ganz genau, dass die Biene nicht mehr weg kann, weil sonst würde die ja nicht so locker nebendran sitzen. Ja. Oh, die arme Biene. Guck dir das an, die wird komplett gelähmt. Na ja, dann guten Appetit, Hausspinne. Nicht so ganz mein Geschmack, aber so funktioniert halt Natur. So, das ist ein ganzes Foto. Ach du mal. Ich gehe auf? So. 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 Vielen Dank.